Unsere Firma heißt Kondo Rohreinigung und Kanalsanierung. Dieses Kondo kommt vom Lateinischen. Es bedeutet, ich erbaue, ich ergründe, ich verwahre. Wie ich vor fünf Jahren das vorbereitet habe, war mir sehr wichtig, wie eine Firma heißt, wie es klingt, sogar die Farben und der Logo im Hintergrund zu sehen ist. Es ist sehr wichtig, wie man sich präsentiert. Und da wir eine Profifirma sind, sage ich mal, eine ausreichende Erfahrung haben und eine langjährige Erfahrung im und im Ausland. Wir machen hauptsächlich Verstopfungen. Ganz einfach, die Frauen, die Damen haben Probleme mit dem Abfluss von der Küche. Da sind wir direkt zur Stelle. Wir haben eine begrenzte Zeit, wo wir schnell sind, wo wir effizient arbeiten, die Verstopfung lösen mit meinem Team. Wir reinigen WCs, Hauptleitungen und machen selbstverständlich auch Sanierungen ohne aufzugraben. Es sind Glasfasermatten, Filze, die mit einem speziellen, dazu zugelassene, mit DBT-Zulassungen dafür geeignet sind zum Einbauen, zur Sanierung der Schadstelle, wie Brüche, Risse, Undichtigkeiten in der Abwasserleitung, sowie auch Wurzeleinwüchse. Die werden festgestellt durch eine Farbbildkamera, wird da reingefahren, festgestellt der Schaden und in diesem Bereich, wenn es eine Teilsanierung geben soll, dass wir dann nur Teil sanieren und nicht das gesamte Rohr. Wenn es notwendig ist, dass man diese komplette Leitung saniert, das machen wir dann auch. Aber das Unnötige lassen wir daneben stehen. Wir fahren in das Rohr rein, ohne aufzugraben, irgendeine jegliche Art, da holen wir kein Bagger oder Sonstiges, nur von einer kleinen Öffnung aus oder einer kleinen Baugruppe, die wir selber erstellen und von da aus die Sanierung durchführen, ohne aufzugraben. Wir haben ein Spezialmaterial, die wir hauptsächlich, wir vertreten im Umkreis von Stuttgart, 90 Kilometer, die wir beziehen. Es ist honigartig. In diesem Material reisen wir in das Rohr rein mit einer speziellen Spirale und weichen das ein und tun das schön für Teilen. Es darf keine Nässe entstehen in der Zeit von 24 Stunden und an die Ecken, wo man eigentlich nicht hinkommt oder wo man aufreisen musste und da müsste man dann ein Hotel schließen, zum Beispiel die Räumlichkeiten oder Gastronomie. Das müsste man mit diesem Material nicht. Wir reinigen die Rohre, wir sanieren die Rohre. Innerhalb von 24 Stunden ist dieses Material, dieses Spezielle, der entwickelt wurde, befestigt und ausgehärtet. Wir sind dafür bereit, da zu sein, 24 Stunden lang. Man kann uns morgens um drei, morgens um vier, zwölf Uhr nachts anrufen. Wir kommen, wenn wir angerufen werden, zur Stelle. Wir beseitigen die Verstopfung und wir haben nur Zuschlag. Wie gesagt, es ist ja so, dass schwarze Schafe überall da sind. Wir sind Vertragspartner der HRD, Handwerkerservice. Es ist eine Tochterfirma, einer der größten Versicherungen der Deutschland, Allianz. Und da werden wir benotet alle vier Monate. Die Firma gibt es seit drei Jahren Konto. Wir sind seit circa zweieinhalb Jahren Vertragspartner bei denen. Wir haben eine Durchschnittsnote von einer Eins. Und das können wir auch belegen. Diese Plattform Lebensqualität, Wahl der Stadt, ist eine sehr gute Idee. Sie hilft den Menschen auf Ruf, wenn es Not da ist. Sie arbeitet mit Firmen zusammen, die qualitativ sind, die auch offen ihre Preise legen. Denn diese älteren Menschen, die eigentlich das Notwendigste haben, zu Hilfe, bieten wir an unsere Hilfe mit Plattform Walderstadt Lebensqualität. Wir tun niemandem versteckte Preise zeigen. Wir möchten aufrichtig sein, ehrlich sein. Und wir ergänzen uns, glaube ich, auch mit dieser Plattform, dass wir jederzeit da sind. Vielen Dank.